Hallo, Heili hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ascendancy. Wir suchen die letzten Marmosianer und ich habe keine Ahnung wo sie sind. Hier unten auf alle Fälle nicht, aber das heißt ja nichts. Hier gibt es ja noch eine weitere Sternstraße. Wenn wir die Marmosianer erstmal weg haben, denken wir mal positiv, dass wir ein bisschen Frieden in die Galaxis bringen können. Hier ist auch nichts, die sind in den Wege angekommen. Da geht es nirgends wohin, da geht es nirgends wohin. Jetzt bin ich hier aber gerade. Ah, okay. Ich drehe das mal, damit ich hier gleich überhaupt gar nicht mehr durchsteige. Wir sind jetzt da. Hmm. Na gut, wir werden sehen. Wo wir dann gleich hinkommen. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht... Brrrr, okay, gibt es da oben? Ist das ein einzelnes System? Also gibt es da nur die beiden Sternstraßen oder gibt es da mehr? Natürlich gibt es da mehr. Wir dürfen aber auch auf die anderen beiden Spezies nicht treffen. Denn wenn wir auf die anderen Spezies treffen, haben wir das Problem. Die werden uns den Krieg erklären, solange es die Marmosianer noch gibt. Und das wollen wir nicht. Also ich möchte das nicht. Baum, wir brauchen mehr. Mehr. Ja, der Krieg ist unglaublich sinnlos und deprimierend. Beenden wir ihn. Einverstanden, beenden wir den Krieg zwischen uns. Mit den Orphan haben wir ja eh kaum was zu tun. Wir können ja mal nach ein paar Sternen wegen fragen. Wir werden euch zeigen, wie wenig wir wissen. Och, das ist ja nett. Sternensysteme? Besser nicht. Forschung möchte ich nicht. Auf Wiedersehen. Wir haben mit einer Spezies Frieden. Gut, und mit den anderen kann es uns eigentlich egal sein. Die Marmosianer haben noch ein mittleres Schiff. Und einen Planeten. Die haben zwei mittlere Schiffe und zwei Planeten. Und die haben zwei große Schiffe und zwei Planeten. Da mache ich mir kaum mehr Sorgen. Wir müssen jetzt nur, bevor die Marmosianer ihre Energie wieder aufgeladen haben, bis dahin müssen wir durch sein. Wo ist denn unser riesiges... Ist das noch auf dem Weg? Riesig. Ein riesiges Schiffchen. In der Sternstraße zum Ormedesystem in sechs Tagen. Na gut. Boah, wir werden... Ich weiß auch nicht. Nie da ankommen. Wo die anderen Spezies sind, glaube ich. Bauen. Petroplex. So, mehr Forschung ist ja schön und gut. Aber, was haben wir hier? Da, da. Oh, neue Waffe. Neue Waffe ist wirklich gut. Die brauchen wir. Ach ja. Ihr wolltet ja noch gepimpt werden. Wo du als Kolonisierer kannst erstmal stehen bleiben. Aber der Zerstörer soll noch gepimpt werden. Der braucht hier leider ein bisschen. Ausrüsten. Eins, zwei, drei, vier. Wir pfeifen auch erstmal auf die anderen Sachen. So. 13 Tage. Jo, ist ja. Kein Stress hier oben. Da sitzt aber wohl auch was hinter. Bei den Marmosianern. Dass die sich nicht dahin ausgebreitet haben. Die KI scheint... Weiß ich nicht. Ob ich mich einfach nur getäuscht habe, dass sie besser geworden ist. Ich hätte doch ein Schiff... Gut, ich habe das jetzt ja auch ein paar Folgen nicht gemacht. Irgendein Schiff da unten... Nein. In das Hinterland geschickt. Aber da war ja auch nur noch... Ach, egal. Jetzt bauen wir... Nein, wir bauen kein Habitat. Ich verklick mich hier die ganze Zeit. So, bauen? So, jetzt aber. Ich habe ja dieses System und die hier unten auch erst relativ spät erst erkundet. Aber ich habe es gemacht. Ob ich nicht die ganze Zeit an der einen Ecke auf irgendeinen Kampf versteift, der mir gar nicht weiterhilft. So. Ist jetzt auch egal. Wir suchen das letzte Marmosianer-System. Doch. Na toll. Na, wir werden jetzt erst mal vom Planeten ausschießen. Solange der Planet die Chance hat. Und jetzt. So, ja. Ihr komischen Gowon habt doch auch keine Chance. Ihr habt da unten den Planeten. Und der ist bald meiner. So. Ach, guck mal hier. Heimatplanet. Gleich zwei. Die haben nur noch zwei. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf Schilde. Und hier? Eins. Okay. Erstmal muss aber dieses Schiff zerstört werden. Ach, Schiffi. Ach, ihr habt ja eh wieder schon. Keine Waffen, ne? Warum haben die keine Waffen? Ich hatte mich eigentlich auf eine... Gut, am Anfang war es ja doch ein bisschen happig. Bis man da mal dann doch durchgekommen ist. Aber jetzt gerade... ...denkt man sich auch. Hm. Oh. So ein bisschen mehr könnte es schon sein. Aber egal. Ich will mich nicht beschweren. Ich weiß nicht, welche Spezies hier noch auf uns warten. Denn zwei gibt es noch, die wir noch nicht mal getroffen haben. Und das ist mir in dem Spiel noch nie passiert. Relativ oft. Also eigentlich fast immer. Da kamen die ganzen Erstkontakte relativ früh im Spiel. Weil die alle Erkundungsschiffe losgeschickt haben. Und man dann ja notgedrungen auf die getroffen ist. Aber... Hier? Nichts? Du bist durch hier. Flieg mal rin. Ja. Invasion hat nicht gereicht. War klar. Aber du kannst ja auch noch da reinfliegen. Ihr seid doch alle... So, fertig. Fertig. Meiner... ...Orbit verlassen. Jetzt du kannst nicht mehr schießen. Nein. Aber hier ist es noch. Reicht zwar auch noch nicht ganz. Aber hier nach. Am nächsten Tag... ...Wird es fallen. Das Reich der Gowerum... ...die eigentlich die friedlichste Spezies überhaupt ist... ...wird vernichtet sein... ...nur weil sie sich von irgendwelchen fiesen Insekten... ...zu einem Krieg haben verleiten lassen. Man merkt... ...so ist es halt. Krieg bringt immer nur Untergang. Egal, wer ihn anfängt. Ach. Hier. Feuer. Und vor allem, wenn die Leute dann auch mit irgendwelchen komischen Orbitalbomben um sich werfen... ...dann zerstört das sogar ganze Planeten. Und dann kann man froh sein, dass es eine... ...dass es Bomben der größten Ordnung hier noch nicht gibt. Jetzt nicht, dass die Atombombe nicht schlimm genug wäre. Aber wir zerstören nicht einen Viertel eines Planeten auf einen Streich. Invasion. Okay. Auf Wiedersehen. Gowerum. Es gibt hier auch anscheinend... ...keinen... ...nein, gibt es nicht. Heißt, wir können jetzt in die andere Richtung weiterfahren. Äh, fliegen. Fahren. Fliegen. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja. Die Gowron wurden ausgelöscht. Mensch, das gäbe es doch nicht. Hier weiß ich noch einen. Aber wo? Hat einer von euch noch? Nein. Hast du? Ja. Und was ist mit dir? Auch noch eine. Ähm, geht mal bitte da oben gucken. Da wartet ihr ja noch nicht. Nur einmal Luki-Luki machen. Und danach direkt wieder zurück, bitte. Nicht, dass da unten durch die Sternstraße dann doch noch irgendwelche angriffslustigen Leute kommen. Und hier können wir mit dem Bauen jetzt auch endlich mal durchgängig. Und dann werden hier die... Okay. Wir fangen an. Das Duo hier, ja. Ausrüsten. Zwei weitere Invasionsmodule. Ach, ich möchte jetzt doch gerne... Tick, 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 tick. Das muss jetzt sein. Wir hauen jetzt... Mal ein bisschen Energie hier rein. So. Elf Tage. Für die fast Komplettumrüstung. Ist doch angenehm. So, was haben wir hier? Kopierwerk. Eins, zwei, drei. Nein! Wir haben eins zu wenig. Wenn ich mich jetzt nicht zu sehr irre. Wir haben hier gar keins. Eins und zwei. So ein Mist. Hm... Hm... Wo kriegen wir das jetzt her? Da ist niemand. Hier... Moment, 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 Moment. Kein Stress. Die Balifiden sind hier auch nebenan. Haben nicht mal mehr ein Schiff. Und haben hier... Noch gar keins auf dem Planeten. Hä, 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 hä. Moment. 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 Wir haben hier so... Invasion. Okay. Und... Fertig. Warte mal, du bist schon leer geschossen. Du hast... Du musst dich auch mal kurz ausrüsten. Was machen wir mit dir? Du stellst dich da oben hin und wartest. So, die Balifiden wurden ausgelöscht. Es tut mir eigentlich in der Seele weh, jetzt so aggressiv spielen zu müssen. Einfach, weil die Marmosianer dazu wollen. Aber, gut. Wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Äh, da war es, ne? Dann muss man halt damit jetzt leben. Wir haben dann auf alle Fälle jetzt für den Rest des Spiels eine relativ gute Ausgangslage. Wobei ich... Oh, Entschuldigung. Wobei ich immer noch nicht weiß, wer die anderen Spezies sind. Die Orpher waren mit uns kaum im Krieg und sind stärker wie wir. Ich weiß nicht, wie das mit den anderen beiden Spezies ist. Ob die sie vielleicht durchgängig jetzt bekriegt haben oder nicht. Keine Ahnung. Wenn die friedlich vor sich her leben konnten, werden wir jetzt nach dem Sieg über die Marmosianer die schwächste Spezies im Weltraum darstellen. So. Aber das lässt sich dann ja notfalls auch noch in irgendeiner Art und Weise korrigieren und beziehungsweise wenn man danach friedlich weiterspielt und das halt hinkriegt, wäre das ja noch nicht mal schlimm. Ja, eine friedliche Runde jetzt hier nach Krieg war jetzt ja doch schon genug. Zumindest für den Einstieg war schon relativ viel Krieg hier. Und ich bin doch eigentlich so ein Pazifist. so, jetzt hier ausrüsten wenigstens auch nochmal vernünftige Waffen. Ich weiß gar nicht, wie beim Überlaser die Reichweite war. Ich glaube, die war geringer wie bei den jetzigen, aber ist ja auch egal. So, du, 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 du. Gleich haben wir auch bald schon alles voll, was die Metro-Komplexe angeht. Jo, forschen. Was haben wir hier? Raumbombe. Vielleicht ist die ein bisschen gezielter wie die andere Bombe, die wir bisher nutzen. So, die Marmosianer bauen ihre letzte Schiff, welches niemals diesen Planeten verlassen wird. Invasion. Ah ne, ja, 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 noch nicht uns. Zu voreilig gewesen. Ach, hier gibt's gar keine Sternenstraße ab. Das ist eine Sackgasse. Das ist natürlich jetzt cool. Und zwar Ne, hier gibt's wirklich keine, ne? Das ist über See. Hier gab's auch keine, ne? Ne. Das heißt, hier unten, wo die Marmosianer der Marmosianer-Heimatplanet ist jetzt die nächste Endstelle. Alles dahinter ist safe. Das ist ja schön. Na, nächster Tag. Wir warten gleich auf die Aussage. Die Marmosianer wurden ausgelöscht. Genau. Und hm, planetenmäßig die Orphan sind besser. Die Orphan sind stärker. Aber es ist ja egal. Ne, warte mal. Es gibt doch noch eine. Hier, da, rote Sternenstraße, ist es doch nicht die Engstelle, die ich gehofft habe. So ein Mist. Aber was kriegen wir hin? Ich gehe davon aus, hinter dieser roten Sternenstraße sitzen die Orphan irgendwo in dieser Hälfte der Galaxis und irgendwo in der anderen Hälfte der Galaxis, die wir über die Marmosianer erreichen, sitzen dann vielleicht die anderen Spezies. Oder die Orphan sitzen einfach dazwischen, hat vielleicht auch Krieg mit einer anderen Spezies und deswegen treffen wir die nicht. Hm. Aber das werden wir dann in einer anderen Folge rausfinden. Nicht mehr in dieser. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss.